Oh, schön, eigene Flash gedodged und X-Struggle der Double-Kill gegen Rattix und Björn. Und oh Björn, was für ein schönes Line-Up, bitte nicht am Molly jetzt auch noch hops gehen. MFN, 7 HP gegen 9 HP und Björn tatsächlich geht für das Risikoplay. Jetzt dann der erste Shot, Luko und X-Struggle direkt drum, überlang geht es hier auf dem Vormarsch für Griffin. Björn hier mit der Pistositions erwartet natürlich hier, dass von Graveyard der Top 1 piekt. Irgendwenn mal ein bisschen in die Offensive locken von Griffin und abfangen. Ob hier mal Double-Sack gespielt hier auf Connector. Nur ein paar Pistols, eine Minute Zeit, verbleibt Tusch hier. Oh mein Gott, Tusch, Blitz, schnelle Reaktion dagegen, Assoziation.